Ja, morgen aus Pampo. Wir haben was Neues. Nichts computertechnisches, sondern wir haben ein neues Fahrrad. Das sieht so aus. Kommt von der Firma Lemmo und wir wollen das natürlich auch nutzen für Dienstfahrten, Bootser Strecke, also Pampo und Umgebung und so weiter. Wenn wir mal nichts mitnehmen oder ausliefern müssen, dann ist das also durchaus ideal. Wir sind damit total zufrieden. Es ist sehr leicht, 15 Kilo, sodass Christian auch da was mit anfangen kann. Der Akku ist hier zwischen den Holmen angebracht. Es geht sehr leicht rauszunehmen. Hier oben haben wir ein kleines Display, wo die wichtigsten Daten abzurufen sind. Und ansonsten, es fährt sich super und ich kann es vor allen Dingen auch als normales Fahrrad nutzen. Wer dazu Fragen hat, kann sich mal melden. Ansonsten wünschen wir einen wunderschönen, sonnigen Tag. Und also, ihr seht, wir sind in jedem Genre unterwegs.